Viele tun ja heute noch netflixen. Kennen sie netflixen? Das ist das Verb von Netflix. Habt ihr euch zum ersten mal gehört? Ein Kumpel angerufen. Was machst du denn grad? Netflixen. Ich hab's erst gar nicht verstanden. Ich hab erst netwichen verstanden. Hat er mich ja noch gefragt. Willst du vorbeikommen? Was? Ja, der Klaus ist auch schon da.